Um uns den Ball zu holen, ich will noch was gucken, das ist egal, was soll man noch machen, ne? Uh, das wollte ich gar nicht. Äh, jetzt ist nur die Frage, wo ist nochmal das Café hier? Ah, ein bisschen, danke. Wo ist das Café hier? Ich habe gerade keine Ahnung, wo dieses blöde Café ist. Jetzt geht es jetzt richtig los, so, jetzt wird hier erstmal richtig hart reingeguckt, wo hier irgendwas ist. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hier im Preis sind Offizielle. Okay. Im Preis an IMP. What the fuck? Aber wo komme ich hier nochmal nach? Uh, wait, hier steht eine Kiste. Phoenix-Feder und zwei Stücke, die nehmen wir da mit. Hm, wie komme ich hier nochmal zum Café? Da steht auch nochmal eine Chest. 600 Geld, man nehmen wir auch mit. Free Stuff ist Free Stuff, würde ich sagen, ne? Noch mehr ohne Wasserlanze. Was ist denn dieses blöde Café? Ah, hier. Da. Sehr gut, da bekommen wir jetzt Ui, Schickaball Waffenmeisterung, Schiff, freigeschaltet Oh, warte, ich habe jetzt, glaube ich, alle Grundwaffen, ne? Ja, ich glaube, ich habe alle Grundwaffen, deswegen wahrscheinlich Nice So, jetzt brauche ich nur noch das die Merkur-Siegel Das Siegel erscheint mit einer Chance von 50% Toppreis in der Spiral-Liga beim Blitzball, jedoch nur, wenn man sofort wird 13-Preis-Angriff Tee, Zustands-Tee und Aurochs-Tee Okay, alles klar Das heißt, ich muss wahrscheinlich noch zweimal die Liga-Spiel Oh, shit Oh, Gott, bitte nicht Wie tue ich mir das wirklich an? Ja, ich gucke einfach mal, was passiert Das heißt, hier die erste Runde Hier ist nur das Stadion, ne? Hier komme ich nur ins Stadion, kann zugucken Theoretisch geht das? Kann man hier zugucken? Ah ja Na dann Spiral-Liga Da ist es mir gerade egal, überlegen wenig Spieler Ich will einfach nur gucken, dass ich halbwegs gewinne Dead Hatte Volley ja noch, stimmt Hatte er noch was anderes oder hatte er nur Volley? Pokern? Was ist Pokern, bitte? Für 50 Prozent beim Erwachen Änderung von Statuswerten mit B Oh Gott, ne Ich bekomme lieber Volley Okay Der hat immer noch nichts drin Ist halt echt ein Scherz, ne? Ich glaube, ich habe auch einen Fehler gemacht Das ist egal Kann der mittlerweile was? Gar nichts, okay Ist das gerade gar nicht gegen wen ich spiele? Ist gerade gar nicht geguckt Na ja Werden wir gleich herausfinden Werden wir ja gleich herausfinden Gegen Ah Okay Jo, könntest du die Kamera bitte? Was zum Henker ist denn gerade mit der Kamera los gewesen? Jetzt ist es wieder normal Oh, das wird scheiße Ja, das wird richtig scheiße Okay, warte mal Ich kann aber bis auf zwei vorstoßen Und dann einen Pass auf Titos werfen My guess Das müsste funktionieren Das geht sogar ganz gut Tritt hier aus dem Pass So Wer kommt nicht ran Titos kriegt ihn Dann ein kleines Stück nach vorne gehen noch Und darf dann schießen Ah, der hat nur einen Siemer fangen Da wollen niemand einen Späroschuss für Achso, der hat zum DM-Bayer Eine neuner Fies ist nur Also wenn der versucht irgendwo durchzukommen Ist das wohl mein Ball Ja, mal drei Können wir da schön vorstoßen Und einen Pass werfen Kommt auch eh nicht durch Durch mich So, sehr gut Ich hätte wahrscheinlich sogar noch weitermachen können Aber es ist kein Wieder auf Titos Das Ding ist Ich muss mit Titos jetzt leider ein Stück nach außen schwimmen Damit ich gleich nicht drei Gegner habe Ja komm, die durchstoßen wir Und dribbeln dann weiter Oh Die hat auf jeden Fall gesessen Ah, Titos will nicht den Ball Das ist kacke Oh, die hat eine Zwölferfüße Ist der Typ Und kommt gegen meinen Zwölferangreifer Und wir kriegen den Ball Ah, big, 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 big place Einer, einer Durchstoßen Und instant den Pass auf Titos werfen Tore machen wir Titos das Tor-Monster mal ein bisschen rausholen So, ist nur einer Da können wir durch Und dann noch mal einen Torschuss Noch mal einen Müsste reichen Jawohl Drin ist er Perfekt Sehr gut Ein bisschen punkten hier Wenn wir letzte Runde so hart verkackt haben Das ist interessant Okay Mhm, mhm Ist gut, dass Titos halt nur noch weiter nach vorne katapultiert Kommst eh nicht zum Tor-Schieß Tor-Schieß, genau Weil er macht instanten Tor-Schuss Ah, Marsch Der ist instant abgefangen Dankeschön So, ein Stück nach unten schwimmen Dann hat er nicht so den besten Pass Sondern auch nicht die beste Physis Oh, wir probieren es mal Wir stehen ja Aha, direkt nehmt man an Da wollte ich gerade sagen Und dann passiert das Na, egal Tor-Schuss wieder Soll er weiter probieren Ist okay So, jetzt geht's auch durch die Mitte Ah, das ist wieder kacke Okay, wir probieren es mal So Ah, verliert den Ball wieder instant Das ist zum Kotzen Jo, und da werde ich geblockt Oh, jetzt kommt's Jetzt kommt der Tor-Schuss von da Gift Pass Ah, der hat am Ende schon einen 9er Tor-Schuss Aber da ist auch wer dran Jetzt versuche er Aber durchstoßen und dann passen Really? Oh, der hat einen 10er Ganz andere Ecke Okay Aber der hat keine Physis Das könnte interessant sein Da hole ich mir doch mal den Ball Zwei Ah, probieren es mal Vielleicht behalten wir ja den Ball Natürlich nicht So in der Situation den Ball zu verlieren Ist ja doch kacke Oh, jetzt bin ich ein Tor-Schuss Okay 6 gegen 9 Jetzt bin ich mal entspannt aus der Entfernung Glaube ich nicht, oder? Den hat er Und der wird direkt auf die andere Seite gegeben Ist das richtig? Komplett Au Trotzdem gut Er schwimmt den einfach davon Wie viele einer Durchstoßen Und passen dann auf Titus Und Titus darf den Tor-Schuss machen Jetzt mal hin Den Tor-Schuss hier noch durchkriegen Kommt da noch einer dazwischen? Da kommt tatsächlich noch einer dazwischen Egal, nicht verstoßen Tor-Schuss Spera-Schuss 23 Der ist drin Aus der Entfernung eine 23 Selbst wenn er jetzt noch um 15 runter geht Der ist drin 3-0 Bin langsam eingespielt, glaube ich Jetzt gucken wir uns wieder da oben lang Na gut, okay Es sind ja eh nur noch 10 Sekunden Die kriegen sie jetzt nicht mehr rum Also ich kriege keinen Tor-Schuss mehr hin Oder sowas Ne, der Zug ist abgefahren Naja Ist abgepfiffen Bevor überhaupt irgendwer springt Tidus-Level Oh Schön Viele Level-Ups 16er Tor mittlerweile 15er Füße Das schmeckt lecker Abfang 8 Das ist okay Das hat nur Leben gekriegt Okay, Keeper hat 10 Fangen jetzt Keeper Das ist gut Äh, ich switche mal Sides Um mal zu gucken Ob das jetzt andersrum besser funktioniert Ist okay Hier sind mittlerweile einfach 3 Plätze Und ich habe keine Fähigkeiten Die ich dem beibringen kann Letty kann den Giftpass Bots hat auch 2 Und Keeper ist Level 10 Und hat auch nichts was erlernen kann Ich habe noch keine Torwart-Abilities gesehen To be honest Also Nein Mann, der Grund braucht noch hier keine Ich glaube, das ist ein easy game Easy life Sagt er ja Und jetzt verlieren wir Dann kriege ich glaube ich Voll ich einfach instant tot um Na dann Wie viele zwei Komme ich da durch? Da müsste ich durchkommen Passe ich da noch Aber nicht auf Tidus Der steht zu dicht dran Ach doch Warte mal Tidus ist der untere Ja doch, dann doch auf Tidus Oh, dann machen wir das Machen wir instant das hier Stoßen einmal vor Und dann noch einen Torschuss Ich mache mal nur einen normalen Mal gucken, ob was passiert ist Der Weg ist wahrscheinlich zu groß Aber es ist geil Ja, nur eine 7 Der kommt zwar aufs Tor Aber Ich würde sagen, den kriegt er Ist auch okay Siebener Fysis Komm, hol ihn dir Hol sie dir Was haben wir Den kriegt er ja wohl, oder? Jawoll Sehr gut Oh, 3 ist tricky Probieren wir es mal so Dann aber nur einen Shortpass auf Tidus Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert Ah, nein, das wird nix Den krieg ich da Schade Aber immerhin der hintere von beiden Öh, warum ist denn Tidus da mitgegangen Und nicht Dings? Öh Das verstehe ich jetzt nicht Also sorry, aber das verstehe ich Warum drehen die sich da vorne im Kreis? Wie verrückte Und fangen jetzt erst an Richtung Er passt danach Er steht vor dem Tor Okay Wow Ah, knapper Passt du Was, jetzt? Der jetzt ein Torschuss, oder was? Ne, war doch wieder am Pass Passt du ja hin Und da vorne wieder Hä, die Logik verstehe ich jetzt nicht, to be honest Jetzt sind sogar Zweie bei ihm Jetzt hole ich mir den Ball auch So, wie das ist So Zwei Zwei Aber er steht direkt dahinter Deswegen kriegen wir den auf jeden Fall Mist, ich hab 14 Physis Oh, jetzt ist das risky Aber das könnte funktionieren Und danach einen Pass werfen Naja, doch Das müsste gehen Ich würde sagen, wenn der jetzt nicht Lucky hittet Spiel ich mal auf Dead Spiel ich wieder auf Tidors Ich würde Tidors ein bisschen den tollesten Tollesten nach vorne bringen Deswegen spielen wir lieber auf Tidors Zehnerangriff Gehen wir durch Und schießen einfach von hier aus Normal Okay Also ein Sieg ist das auf jeden Fall Zum Glück Das Problem ist einfach, dass diese Svira-Liga Svira-Liga einfach zu viel Den haben sie doch Der hat doch gerade irgendwie Gatorade getrunken Und zwar zwei Milliarden Liter, Alter Wie fucking viel Unterschied da auf einmal ist zu vorher Ja, gib her Dann check das Boah, ich probier's Mach danach den Pass Ja, okay So risky Aber ist ja eigentlich auch egal Ich meine Ich führe 0 zu 4, also Boah, der ist sehr lang unterwegs Aber er kommt an Ganz nach hinten Ja gut, okay So kann man die Minute auch rumkriegen Jetzt 1v4 1v3 1v5 Jetzt sind sie alle dran 1v4 Jetzt bin ich immer gespannt Ah, er hat ihn schon Okay Jetzt kann ich die Zeit eigentlich runterspielen Theoretisch Ein bisschen aufteilen hier So Passen wir nochmal auf Tidus Dem schwimme ich jetzt aber noch ein bisschen Richtung Tor Und dann ist alles gut Und Schluss, Hilf Sieg Sehr gut Auf ganzer Linie Ui Boah, wir haben noch ein Level 1 Da drin Und Level 2 Jetzt erst Versches 13 Vertrag ist ausgelaufen 24 Verlängert Verlängert Ah, die Rouses haben verloren Das ist gut Und Luca Oh, die Abed Sykes hat auch noch knapp gewonnen Damit sind wir 1 hoch Und haben tatsächlich Äh, sind Dritter Und genauso viele Punkte wie Luca Leider Ist ja doof Tidus ist mittlerweile mit einer Torspitzenliste Das ist sehr gut Sieg Gut, aber das soll's heute erstmal gewesen sein Ich kann dann nämlich jetzt noch schön entspannt rendern Und entspannt irgendwelchen anderen Kram machen Deswegen Hau da rein Bis zum nächsten Mal Tüdelü Und Hau da rein Nochmal Immer wieder reinhauen Reinhauen ist immer gut Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal